Hi zusammen. Willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir zocken wieder Lucky Pharao. Diesmal auf 2 Euro. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Die Gewinne lassen bisher aber echt auf sich warten, muss ich sagen. Bei 2 Euro ist das Geld aber auch echt schnell wieder weg. Sollen wir das schon annehmen? Einen Power Spin? Na gut, wir probieren es einfach mal. Wobei ich glaube ich echt selten jemanden erlebt habe, der aus einem Power Spin wirklich viel machen konnte. Na gut, wir konnten es immerhin verdoppeln, gerade mal sehen. Vielleicht passiert es ja jetzt genau auf Video, dass es sich gelohnt hat. Ja. Immerhin sind wir noch am Leben. Ja. Wir konnten länger spielen, als ich dachte. Ich dachte, nach ein paar Ausbilden wäre es auch schon direkt wieder vorbei gewesen. Das ist es bei mir meistens zumindest. Ja immerhin. Diamanten sind doch jede Frau gerne. Also das ist ein guter Gewinn. Weiter geht's mit 5 Power Spins. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, es geht auf jeden Fall besser, ne? 17 Power Spins. Wenn es so weiter geht, dann bin ich zufrieden. 1, 2, 3, 4. Es geht auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5. Einen. 2, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 3, 4. 1, 4, 5. 2, 3, 4. 4, 5, 5. 5, 5. 4, 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war natürlich jetzt nicht so viel. Von 17 auf 5 ist ganz schön wenig. Aber eigentlich mag ich Lucky Pharoah trotzdem, weil man einfach länger Spaß daran hat und nicht so schnell sein Geld verliert. Aber es ist echt ein Auf und Ab der Gefühle. Mal bekommt man was, mal bekommt man wieder gar nichts und jetzt. Aber gut, so ist es ja egal. Sollte 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 Ja, so geht das Geld ganz schnell weg, oder? Der Automat ist aber auch sparsam bisher. Probieren wir die zwei Echoes. Und wir machen schon sechs. Hätte er wenigstens Yacht machen sollen. Neun Power Spins, okay. Los geht's. Und wir machen schon sechs. Und wir machen schon sechs. Und wir machen schon sechs. Jetzt schauen, dass er keine vier Diamanten gegeben hat. Und wir machen schon sechs. Und wir machen schon sechs. Jetzt muss aber mal ein bisschen was kommen. Ja, sowas meine ich nicht damit. Aber gut, wir sind wieder von der 175er Grenze entkommen. Okay, letzte Drehung auf zwei Euro. Ne. Dann würde ich sagen, stellen wir mal auf 1,50. Los geht's. Vielleicht bringt uns dieser Einsatz ja mehr Glück, wer weiß. Aber eigentlich mag ich diese ungeraden Zahlen nicht so ganz. Wenn wir eben Centbeträgen da noch spielen. Gucken wir mal, wie's läuft. Ja, warum nicht? Probieren wir's. Den ersten Power Spinn auf 1,50. Ja. Hätte man sich sparen können. Ja. 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 Schade. 75 AGs wären das einfach gewesen. Eine Fünferlinie von Diamanten. Aber diese Antäusche passiert ja eh viel zu oft. Ja. Okay, bei 120 wechseln wir wieder mal den Einsatz. Das hat uns ja überhaupt kein Glück gebracht bisher. Hm. Okay. Ja. 15 Power Spins. Geht doch. Besser als gar nichts. Wir wollen ja auch nicht gierig werden, aber ein bisschen was gewinnen wollen wir natürlich trotzdem. Ja. 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 Macht das bitte gerne nochmal. Ich danke euch für eure Unterstützung. Und schreibt auch ansonsten gerne mal in die Kommentare rein, welches Spiel ihr als nächstes sehen wollt. Aktuell spiele ich jetzt einfach die Spiele, die mir gefallen, die mir Spaß machen. Aber es gibt bestimmt auch ganz viele Spiele, die ich noch gar nicht kenne. Die ich gerne dann auch mal spielen kann und euch zeigen kann. Bei sowas Wichtigen verwandelt ihr ja auch nie die besten Symbole eigentlich. Und dann, wenn es nicht nötig wäre, gibt ihr uns ein Diamantensymbol. Wenn man dann aber nur noch eine Linie hat, mit drei Symbolen. Schade. Und ein paar Auslands. Und ein paar Auslands. Und ein paar Auslands. Und ein paar Auslands. Eine Auslands. Oha. Ja, ist doch gut eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt nur mit einem Buchstaben gerechnet. Nicht schlecht, mehr als wir noch drauf haben. Vielleicht hätte ich diesen Einsatz doch nicht so verteufeln sollen. 24 Power Spins, los geht's. Okay, 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 okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und los geht's Ich würde sagen, wir gehen so bis 150 Und dann reicht's erstmal Mit diesem Spielfilm, bitte Vielleicht gibt ihr ja noch ein bisschen was noch da hin Jetzt scheint der Wagen gespielt zu sein Mal sehen, was wir da was machen Letztes Mal wagen so Wieder mal nichts besonderes Schade, dass man die nicht auch als Power Spins machen kann Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's Schade Und das hier wäre vier Diamanten gewesen, das wäre so gewesen Ich würde sagen, wir nehmen das Geld Ich würde sagen, es reicht erstmal für heute Vielen Dank fürs Zusehen Vergesst wie gesagt nicht Oh, okay Den Kanal zu abonnieren wollte ich gerade noch sagen Aber das spielen wir natürlich noch zu Ende Auch wenn er jetzt natürlich rüberbucht Das ist ein bisschen schade Und dann müssen wir es halt ein bisschen schneller verzocken Zehn Horst, wenn es los geht's Juli ist schade Und dann könnt ihr exposieren Das geht auf jeden Fall besser. So zum Beispiel. 17 Horstpins, das wird es doch gleich viel besser. So zum Beispiel. So zum Beispiel. Wir sind wieder bei 100 Euro beim Gewinn, das ist gut. So zum Beispiel. 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 So zum Beispiel.